Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, auch von mir ein herzliches Willkommen zum heurigen Fachtag der gewerblichen Dienstleisterinnen und Dienstleister. Eine Gruppe der österreichischen Wirtschaft, auf die ich ganz besonders stolz bin, weil sie nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland ganz hervorragende Leistungen erbringt. In der Zwischenzeit gehen rund 30 Prozent aller Ausfuhren auf ihr, auf euer Konto. Da kann man stolz drauf sein. Dafür möchte ich ganz besonders Danke sagen. Ich wünsche daher Ihnen, Euch allen viel Erfolg beim heurigen Fachtag, informative Gespräche, das notwendige Netzwerken und sage bei Christian Fuchs und seinem Team Danke für die Organisation und weiterhin viel Erfolg.